Kindheitsträume. Das Depot Pol Ströer in Gelenau gewährt speziell in der Ferienzeit Einblicke in verschiedene Volkskunst- und Spielzeugthemen. Neben einer großen Auswahl an historischen Kinderfahrzeugen werden vor allem Szenen mit Puppen gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Käthe Kruse sowie Künstlerpuppen. Zu bestaunen gibt es außerdem historisches Holz- und Blechspielzeug. Mechanische Bergwerksmodelle sowie historische Karussells können per Knopfdruck in Bewegung gesetzt werden. Das diesjährige Sonderthema Erzeugnisse aus dem Schaffen des Leipziger Holzspielzeugherstellers Rudolf Fix. Neben einem Spielzimmer gibt es einiges zu suchen und zu erraten. Sommerschau im Depot Pol Ströer in Gelenau im Erzgebirge. Eine Ausstellung für Groß und Klein bis 31. August 2024. Mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr.